Logisch, natürlich. Streamst du jedes Mal mit Socken? Nee, dann darf ich jetzt meine Socken auch ausziehen oder wie? Nee, du hast so Riesenfüße. Nicht Socken ausziehen? Du hast haarige, hornhautige Hobbitfüße. Sofort die Socken wieder an. Okay, Socken an. Der Riesenhornhaut wird in Latschen. Leute, er hat die gleiche Schuhgrüße wie ich, 48,5. Aber er ist so viel kleiner als ich. Ja, aber ich hab einen guten Halt dadurch. Digga, dein Nacken ist unter deinen Titten. Das ist echt schlecht. Wenn dein Nacken unter deinen Titten ist, ist es schlechter als Mann.